Berühmt als eine der herausragenden Persönlichkeiten der Musikszene der 1940er und 1950er Jahre, fesselte Bing Crosbys melodische Stimme das Publikum weltweit und machte ihn zu einem bekannten Namen. Doch hinter dem Glanz des Ruhms war Crosbys Leben von tiefer Dunkelheit geprägt. Trotz seines öffentlichen Erfolgs kämpfte Crosby hinter verschlossenen Türen mit intensiven familiären Problemen, was letztendlich in der unvorstellbaren Tragödie des Todes seiner beiden Söhne endete. Was waren also Crosbys wahre Schwächen? Warum nahmen sich seine Söhne das Leben? Und was entfachte sein Geständnis in ihnen? Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die bewegende Geschichte eines gefeierten Ikonen, die verborgenen Kämpfe und die verheerenden Folgen, die darauf folgten. Bevor wir die Fakten über Bing Crosby und die Gründe für den Tod seiner Söhne aufdecken, ist es wichtig, uns an Crosbys frühes Leben und seinen Aufstieg zum Ruhm zu erinnern. Bing Crosbys Geschichte begann 1906 im Nordwesten der Vereinigten Staaten. Geboren als Harry Lillis, Bing Crosby Jr. am 3. Mai 1903 wuchs er in Spokane, Washington, auf. Als er drei Jahre alt war, zog seine Familie wegen der Arbeit nach Spokane, einer Stadt, die auf Bergbau und Holzernte spezialisiert war. Als Kind liebte er eine lustige Zeitungsrubrik namens »The Bing Will Bugle«, was ihm den Spitznamen »Bingo« einbrachte. Später wurde der letzte Vokal entfernt und sein Spitzname »Bing« blieb an ihm haften. 1917 arbeitete er im Auditorium von Spokane, wo er Aufführungen von Größen wie Al Jolson sah, die ihn tief inspirierten. Aufwachsen war Bings Zuhause immer von Musik erfüllt. Sein Vater, ein Buchhalter, war einer der ersten Plattenspieler in Spokane und stellte Bing berühmte Entertainer vor. Trotz der harten Jesuitenschule war Bing sportlich und redegewandt und gewann sogar Debatten. Nach einem kurzen Jurastudium an der Gonzaga-Universität entschied sich Bing, seiner Leidenschaft für Musik zu folgen und schloss sich einer lokalen Band mit seinem Freund Al Rinker an. Trotz seiner zahlreichen Partys in der Jazzzeit stach Bings Talent hervor, was zu einer engen Freundschaft mit Bob Hope führte, die zu den berühmten Road-2-Filmen führte. Bleiben Sie dran, um mehr über Crosbys schockierendes Geständnis zu erfahren. 1926, während er im Los Angeles Metropolitan Theater arbeitete, erregte Bing die Aufmerksamkeit von Paul Whiteman, einem berühmten Bandleader. Für 150 Dollar pro Woche engagiert, traten Bing und sein Freund Al Winker im Tivoli Theater in Chicago auf. Sie wurden als The Rhythm Boys bekannt, als Whiteman ein weiteres Mitglied, Harry Barris, hinzufügte. Das Trio trat Whitemans Vokalteam bei, arbeitete und nahm mit anderen berühmten Musikern und Sängern wie Big Spiderbecke, Mildred Bailey und Hoagy Carmichael auf. Am 2. September 1931 begann Bing Crosbys Solo-Radio-Show »15 Minutes with Bing Crosby« landesweit zu laufen und wurde ein großer Erfolg. Ende des Jahres unterschrieb er Verträge mit Brunswick Records und CBS Radio. Zu seinen beliebten Liedern aus dieser Zeit zählen »Out of Nowhere«, »Just One More Chance«, »At Your Command« und »I Found a Million Dollar Baby in a Five-and-Ten-Cent-Store«. 1931 erreichte Crosbys Popularität ihren Höhepunkt, als zehn seiner Lieder unter den Top 50 Hits rangierten. Er wurde nach einem kurzen Wettstreit mit Russ Columbo als »Bing was King« bekannt. Crosby versuchte sich auch als Schauspieler und spielte in zahlreichen Filmen, darunter sein Debüt in »The Big Broadcast« 1932. Er unterschrieb Ende 1935 bei Decker Records und revolutionierte die Musikindustrie. Seine Radioshow, gesponsert von Cremos Cigars, trug weiter zu seinem Ruhm bei. Trotz seines Erfolgs blieb Crosby bescheiden und konzentrierte sich auf seine Arbeit, die auch die Moderation des Craft Music Hall Radioprogramms umfasste. Sein einzigartiger Gesangsstil, der sich vom lauten theatralischen Stil früherer Sänger unterschied, brachte ihm den Titel »Crooner« ein. Crosbys Freundschaft mit Louis Armstrong beeinflusste seinen Gesangsstil. Er setzte sich für Armstrongs Aufnahme in Filme ein und stellte sich gegen rassistische Barrieren. Während des Zweiten Weltkriegs unterhielt Crosby die Truppen und wurde unter deutschen Fans als »Der Bingel« bekannt. 1955 lobte das Live-Magazin Crosby als Amerikas besten Entertainer, mit rekordverdächtigen Verkaufszahlen und großer Popularität. Trotz der Unsicherheiten über die Zukunft blieb Crosby seiner Kunst treu und genoss das Singen unabhängig von der öffentlichen Meinung. Crosbys Aufstieg zum Ruhm Crosby wurde schnell zum Star der Rhythm Boys. 1928 erzielte er seinen ersten Nummer-eins-Hit mit einer Jazz-Version von »Old Man River«. Doch er und die anderen Rhythm Boys waren mit ihrem Bandleader Paul Whiteman unzufrieden, sodass sie zur »Guzz Arnheim Orchestra« wechselten. Crosby unterschrieb bei Brunswick und wurde bald zum Hauptfokus, während seine Bandkollegen in den Hintergrund traten. Dann trennte sich die Band, was Crosby den Weg für eine Solokarriere ebnete. Harry Barris, ein ehemaliger Bandkollege, schrieb weiterhin Hits für Crosby. In den 1930er Jahren wurde Crosby einer der besten Sänger Amerikas. Viele der Top-Songs von 1931 beinhalteten ihn, entweder Solo oder im Duett. Er unterschrieb einen langfristigen Vertrag mit Jack Capps Plattenfirma Decker und spielte in seinem ersten Film »The Big Broadcast« 1932. Er debütierte auch im Radio mit dem Carl Fenton Orchestra. 1936 moderierte er seine Radioshow »Craft Music Hall« bei NBC. Crosbys Gesangsstil beeinflusste viele andere männliche Sänger, darunter Frank Sinatra, Perry Como und Dean Martin. Während des Zweiten Weltkriegs hob Crosbys Musik die Moral der Soldaten im Ausland. Auch in Amerika wurde er sehr geschätzt und rangierte 1948 in Umfragen als der bewunderten Mensch. Crosbys Engagement für hochwertige Aufnahmen führte ihn dazu, neue Aufnahmetechnologie aus Deutschland zu nutzen. Crosbys größter Hit? Der größte Erfolg von Crosbys Karriere war seine Aufnahme von Irving Berlins »White Christmas«, die Crosby am Weihnachtstag 1941 in einer Radiosendung vorstellte. Das Lied erschien in seinen Filmen »Holiday Inn« 1942 und ein Jahrzehnt später in »White Christmas« 1952. Crosbys Platte erreichte am 3. Oktober 1942 die Charts und stieg am 31. Oktober auf Platz 1, wo sie elf Wochen blieb. Als Feiertagsklassiker wurde das Lied immer wieder von Decker veröffentlicht und erreichte noch 16 Mal die Charts. Es erreichte erneut die Charts im Jahr 1945 und ein drittes Mal im Januar 1947. Das Lied bleibt die meistverkaufte Single aller Zeiten. Crosbys Aufnahme von »White Christmas« hat weltweit über 50 Millionen Exemplare verkauft. Die Popularität der Aufnahme führte dazu, dass Crosby 1947 gezwungen war, sie erneut mit denselben Musikern und Hintergrundsängern aufzunehmen, da das Original von 1942 durch häufige Nutzung beschädigt worden war. 1977, nach Crosbys Tod, wurde das Lied neu veröffentlicht und erreichte Platz 5 in den UK Singles Charts. Crosby war bescheiden bezüglich seines Beitrags zum Erfolg des Liedes und sagte, ein Dachs mit einer Spaltgaumkiefer hätte es erfolgreich singen können. Crosbys kreative Genialität. Crosby gehörte zu den ersten, die die Nähe des Mikrofons nutzten und sich vom lauten theatralischen Stil, der mit Al Jolson verbunden war, abwandten. Er bezeichnete sich selbst als »Phrasierer« und schätzte Texte und Musik gleichermaßen. Paul Whitemans Entscheidung, Crosby ins Team aufzunehmen, mit seiner jazz-inspirierten Phrasierung, die an Big Spiderbeckes Trompete erinnerte, half, das Genre einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Crosby führte Noten ein, die vom Jazz-Stil inspiriert waren, innerhalb des Neuheitensanges der Rhythm Boys. Diese Technik ist im Jazz verwurzelt. Crosby hatte schon vor seiner Debütaufnahme Begegnungen mit Legenden wie Louis Armstrong und Bessie Smith. Seine Freundschaft mit Armstrong hielt an und führte zu gelegentlichen Duetten wie »Now You Has Jazz« im Film »High Society«, 1950. Während Crosbys Auftritte in ihren Jazz-Elementen variierten, waren Jazz-Phrasierung, Rhythmus und Improvisation regelmäßige Merkmale. Diese Flexibilität zeigte sich auch in seinen Kooperationen mit Jazz-Ikonen wie Louis Armstrong, Duke Ellington und Ella Fitzgerald. Trotz seiner Jazz-Wurzeln schnitt Crosbys Stil und Einzigartigkeit über andere Genres hinweg, von Jazz über Country bis hin zu Operetten-Arien. Während der frühen Phase seiner Solokarriere, etwa 1938, 1937, erlangte Crosbys einzigartiger Stil Popularität. Seine Betonung der Phrasierung, ein Konzept aus dem Jazz, trug dazu bei, die Musik vor dem Radio und auf Platten hervorzuheben. Privates Leben und Herausforderungen. Abseits des Rampenlichts kämpfte Bing Crosby mit persönlichen Problemen. Er war bekannt für seine strenge und seine autoritäre Haltung gegenüber seiner Familie. Sein Bild als bescheidener Mensch war oft nur eine Fassade, hinter der sich größere Herausforderungen verbargen. Besonders dramatisch war der tragische Verlust seiner beiden Söhne. Gary Crosby, der sich in der Musikwelt versuchte und unter dem Druck des Familiennamens und der Erwartungen litt, beging 1991 Selbstmord. Eine weitere Tragödie traf die Familie, als ein weiterer Sohn, Dennis, 1994, ebenfalls Selbstmord beging. Die Gründe für ihre verzweifelten Handlungen lagen in einem komplexen Zusammenspiel von familiären Spannungen, emotionalem Druck und persönlichem Leid. Crosby kämpfte sowohl mit seinen eigenen inneren Dämonen als auch mit den Auswirkungen seiner strengen Erziehung auf seine Kinder. Erbe Bing Crosbys Vermächtnis ist sowohl von seiner Karriere als auch von den tragischen Aspekten seines Lebens geprägt. Seine einzigartige Stimme und sein Einfluss auf die Musik und das Unterhaltungsbusiness sind unvergessen. Dennoch bleibt die Schattenseite seines Lebens ein trauriger Teil seiner Geschichte. Während sein musikalisches Erbe weiterlebt, erinnert uns die Geschichte seiner Familie daran, dass selbst die größten Stars mit tiefen persönlichen Herausforderungen und Tragödien konfrontiert werden können. Bing Crosbys Leben und Karriere sind ein faszinierendes Zeugnis seiner musikalischen Brillanz und seines Einflusses. Gleichzeitig werfen die dunklen Aspekte seines privaten Lebens ein Licht auf die komplexen Realitäten hinter dem Glanz und dem Erfolg eines Hollywood-Stars. Es gibt so viele Hollywood-Geschichten, die wir aus persönlichen Briefen entdecken können. Und genau das geschah kürzlich, als wir erfuhren, dass Bing Crosby Grace Kelly nach einem Tag am Set von »The Country Girl« von 1954 die Ehe angetragen hat. Grace Kelly, die gerne Briefe an ihren damaligen Verlobten Oleg Cassini schrieb, ermöglichte uns durch diese Briefe, die Teil einer Versteigerung des Nachlasses von Oleg Cassini waren, neue Einblicke in ihre Beziehung und Olegs Eifersucht auf ihren Co-Star Bing Crosby, der seine zukünftige Frau Catherine datete. Bing, damals 51, verliebte sich offenbar sehr in die 25-jährige Grace und schlug ihr die Ehe vor. In ihren Briefen bemühte sich Grace jedoch, Oleg zu beruhigen. »Ich habe dir gesagt, dass er behauptet, in mich verliebt zu sein, aber es gibt viele Menschen, die so über mich denken. Bing würde niemals etwas tun. Es sei denn, er dachte, ich wolle es so«, schrieb sie. »Ich habe hier sehr wenige Freunde. Bitte, bitte verlang nicht von mir, diese Freundschaften aufzugeben.« Sie fügte hinzu, dass die Affäre zwischen Bing und Grace anscheinend auch nach Bings Heiratsantrag an Catherine weiterging. Bing verschob seine Hochzeit mit Catherine, die für den 10. September 1955 angesetzt war, offenbar wegen Grace. Später im Jahr, so Catherine, entschuldigte sich Bing bei Catherine wegen seiner Affäre mit der zukünftigen Prinzessin. Offensichtlich heiratete Grace nie Bing und sie brach letztendlich ihre Verlobung mit Oleg ab, als sie 1955 Prinz Rainier von Monaco traf. Bing Crosby hatte eine unverwechselbare Stimme, die seine Songs in der goldenen Ära Hollywoods hervorhob. Doch er stand kurz davor, seine Gesangsfähigkeit zu verlieren. Dies geschah aufgrund einer unheilbaren Stimmkrankheit. Bing wurde sehr krank und begann unter Laryngitis zu leiden, als er häufiger sang. Besonders schwere Fälle traten kurz vor seiner ersten Radioshow auf, was ihn zwang, diese um zwei Tage zu verschieben. Diese ständige Laryngitis wurde für Bing problematisch, als er noch häufiger sang. Diese Belastung ist sogar in einigen seiner Platten aus den späten 1920er und frühen 1930er Jahren zu hören. Auch in einigen extrem hohen Tönen, wie in You brought a new kind of love to me ist Heiserkeit zu vernehmen. Schließlich fand er heraus, was los war. 1933 ging Bing zu seinem Arzt, um herauszufinden, warum er ständig an Laryngitis litt. Nach einigen Tests offenbarte ihm der Arzt die schlimmstmögliche Nachricht für einen Sänger. Bing hatte sich ein Stimmbandknötchen zugezogen. Ein Knötchen ist eine harte Blase, die sich auf den Stimmbändern entwickelt, ähnlich wie eine Hornhaut an einem Finger. Diese dämpfen den Stimmumfang eines Sängers und für Bing war das eine karrierebeendende Diagnose. Noch schlimmer war, dass es keine Heilung gab. Bing wurde informiert, dass er wahrscheinlich für den Rest seines Lebens anfällig für Laryngitis aufgrund seiner Stimmbandknötchen sein würde. Darüber hinaus war eine Operation zu riskant für den Star, da sie seine Stimmbänder gefährden könnte. Er musste also auf natürliche Weise heilen. Oder gar nicht. Dennoch, da Bing kurz davor stand, ein weltweiter Star zu werden, widersetzte er sich den Wünschen seines Arztes und sang weiterhin Nacht für Nacht. Dies führte zu weiteren Episoden von Laryngitis, die ihn zwangen, Gesangspausen einzulegen. Eine besondere Krise trat 1932 auf, als Bing von seinem Arzt angewiesen wurde, ganz mit dem Sprechen aufzuhören. Trotz seines beruflichen Erfolgs hatte Crosby viele persönliche Herausforderungen, darunter Probleme mit Alkoholismus und der Verwaltung seiner Familie. Seine Beziehung zu seiner Frau Dixie und ihren Kindern war komplex. Dixies Tod 1952 prägte weiter Crosbys Leben und Karriere. Trotz der Schwierigkeiten bleibt sein Einfluss auf die technologische und künstlerische Unterhaltung tiefgreifend. Crosby unterhielt Millionen weltweit, blieb aber eine private Person. Selbst die ihm nahestehenden gaben zu, dass sie ihn nicht vollständig kannten. Crosby war außerhalb der Unterhaltung philanthropisch tätig, spendete an die Gonzaga University und verfolgte Hobbys wie Pferderennen und Baseball. Dennoch dachte Bing Crosby, dass er als Philanthrop außerhalb der Öffentlichkeit ein schrecklicher Vater war, was letztendlich zu den tragischen Lebensumständen und dem Tod seiner Söhne führte. In einem Interview von 1959 gestand Bing Crosby sein Bedauern über seine Erziehung. Er räumte ein, seine Söhne nicht gut erzogen zu haben, ihnen zu viel Geld, Arbeit und Disziplin, aber zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit gegeben zu haben. Er erkannte, dass er und seine Frau ihr Bestes versucht hatten. Bing drückte Frustration aus und wünschte, er könnte seinen Söhnen auch nur einen Bruchteil dessen geben, was sein Vater ihm gegeben hatte. Bing Crosby starb am 14. Oktober 1977 im Alter von 73 Jahren. Lindsay Crosby beging 1989 Suizid, gefolgt von Dennis Crosby zwei Jahre später. Gary Crosby starb 1995 an den Folgen von Lungenkrebs. Das tragische Leben von Lindsay Crosby. Trotz des Ruhms von Bing Crosby sahen sich seine Söhne Dennis, Lindsay und Gary tiefen Herausforderungen und tragischen Enden gegenüber. Lindsay Crosby, geboren am 5. Januar 1935 in Los Angeles, Kalifornien, war Binks zweiter Sohn aus seiner ersten Ehe. Auch wenn er den Ruhm seines Vaters nicht erreichte, hatte Lindsay seine eigenen Erfahrungen und Herausforderungen. Im Schatten seines berühmten Vaters aufzuwachsen, setzte Lindsay unter Druck. Trotz seiner privilegierten Erziehung erreichte Lindsay in der Unterhaltungsindustrie nicht, den Erfolg seines Vaters. Er trat in Filmen wie The Big Night 1951 und The Star and the Story 1955 auf, erreichte aber einen anderen Grad an Prominenz. Lindsay kämpfte mit Alkoholabhängigkeit, die sein Leben stark beeinflusste, ebenso wie bei anderen Familienmitgliedern. Leider beging Lindsay Crosby am 11. Dezember 1989 im Alter von 51 Jahren Suizid. Dennis Crosbys Kämpfe Dennis Crosby, geboren am 13. Juli 1935 in Los Angeles, Kalifornien, war Binks zweiter Sohn aus seiner ersten Ehe. Aufgewachsen in einer Familie, die tief im Showgeschäft verwurzelt war, genoss Dennis eine privilegierte Erziehung und wurde oft zusammen mit seinem Vater bei öffentlichen Veranstaltungen gesehen. In den Fußstapfen seines Vaters verfolgte Dennis eine Karriere in der Unterhaltungsbranche. Er trat in Filmen wie Mr. Corey 1957 auf und machte Gastauftritte in Fernsehsendungen wie The Jack Benny Programme und The Red Skelton Hour. Dennis erreichte nicht denselben Ruhm wie sein Vater, trotz seiner Bemühungen. Auch sein Leben war von persönlichen Herausforderungen geprägt. Gary Crosbys eigene Geschichte Gary Crosby, geboren am 27. Juni 1933 in Los Angeles, Kalifornien, war Binks ältester Sohn aus seiner ersten Ehe. Aufgewachsen in einer Familie, die tief im Showgeschäft verwurzelt war, hatte Gary seine eigenen Träume und Hürden zu überwinden. Seine Leidenschaft für Musik blühte auf, als er älter wurde und zeigte sein bemerkenswertes Talent mit seiner sanften Stimme und charmanten Bühnenpräsenz. Trotz seines Ruhms blieb Gary bescheiden und fokussiert auf seine Werte. Neben seiner Musik setzte sich Gary stark für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit ein und nutzte seine Plattform, um gegen Diskriminierung und Unterdrückung zu sprechen. Als Performer waren Gary's Live-Shows fesselnd und boten Inspiration und Hoffnung für sein Publikum. Trotz der Herausforderungen seiner Erziehung blieb er engagiert, einen positiven Einfluss auszuüben. Gary Crosby, der Sohn von Bing Crosby und Dixie Lee, war der älteste unter seinen Geschwistern Philip, Dennis und Lindsay. Aufgewachsen genoss er das Privileg, das Kind eines berühmten Hollywood-Stars zu sein und folgte seinem Vater ins Showgeschäft. Gary begann seine Karriere, indem er sein Gesangstalent in der Radioshow seines Vaters, The Bing Crosby Show, zeigte. Trotz der Herausforderungen wie dem Zweiten Weltkrieg, der seine Familie beeinflusste, blieb Bing hoffnungsvoll und verantwortungsbewusst. 1946 revolutionierte Bing Crosbys innovative Entscheidung, seine Radioshows vorzuprogrammieren, die Branche. In der Zwischenzeit gab Gary 1957 sein Filmdebüt in Mr. Corey und trat in anderen Filmen und Fernsehsendungen auf. Obwohl Gary von Erfolg als Sänger träumte, kämpfte er darum, in der Musikindustrie Anerkennung zu finden. Persönliche Probleme, einschließlich einer angespannten Beziehung zu seinem berühmten Vater, fügten seinen Herausforderungen hinzu. Gary Crosbys Memoiren In seinen 1983 veröffentlichten Memoiren Going My Own Way teilte Gary Crosby mutig die harten Realitäten seiner Erziehung. Er enthüllte den Missbrauch, die Vernachlässigung und die strenge Disziplin, die er und seine Geschwister von Bing und ihrer Mutter Dixie erfahren hatten. Gary schilderte seine belastende Kindheit, die von emotionalem und physischem Missbrauch geprägt war. Sein Buch offenbarte die komplizierte Beziehung zu seinem Vater Bing, der oft einen strengen Erziehungsstil an den Tag legte. Gary erzählte von seinen eigenen Kämpfen, insbesondere von seinen späteren Jahren und seinen persönlichen und beruflichen Herausforderungen. Trotz seiner Bemühungen, sich einen Namen in der Unterhaltungsbranche zu machen, fand Gary keinen großen Erfolg, was zu weiterem Stress und Unzufriedenheit führte. Garys Offenheit in seinen Memoiren trug dazu bei, ein klareres Bild des Lebens hinter den Kulissen einer berühmten Familie zu zeichnen. Er kämpfte zeitlebens mit seinen persönlichen Dämonen, einschließlich Alkoholismus und emotionalen Schwierigkeiten, die letztlich zu seinem frühen Tod führten. Gary Crosby starb am 24. August 1995 1995 im Alter von Sparron 60 Jahren an Lungenkrebs. Traurigerweise verstarb Gary Crosby am 24. August 1995 im Alter von Sparron 60 Jahren und hinterließ ein Erbe von Mut und Ehrlichkeit durch seine Memoiren. Das Buch beleuchtet die Schwierigkeiten der Crosby-Familie, konzentriert sich dabei hauptsächlich auf Gary's Erfahrungen und seine Beziehung zu seinem Vater. Es geht auch auf Gary's Bemühungen ein, sich in der Unterhaltungsbranche einen Namen zu machen, wobei er im Schatten seines berühmten Vaters stand. Dennis, Philips Zwillingsbruder, zeigte jedoch wenig Interesse an der Familiengeschichte und betrachtete das Buch als Gary's Angelegenheit. Während er Gary's Darstellung nicht bestreitet, bemerkte Dennis, dass Gary's Wut ein treibender Faktor hinter dem Buch war. Dennis erwähnte, dass ihr jüngster Bruder Lindsay Gary unterstützte und hoffte, dass das Buch alte Gerüchte und Lügen ausräumen würde. Lindseys Unterstützung kam unerwartet. Viele hielten ihn für Bings Favoriten unter den Geschwistern. Gary's öffentliche Aussagen lösten Reaktionen anderer Verwandter und Freunde aus. Der Bandleader Bob Crosby, Bings Bruder, verteidigte Bing und erklärte, er habe nie körperliche Auseinandersetzungen innerhalb der Familie miterlebt. Philip Crosby, geboren am 13. Juli 1935 in Los Angeles, war Bings ältester Sohn aus seiner ersten Ehe mit Dixie Lee. Er hatte vier Kinder, Mary Elizabeth, Dixie Lee, Flip und Philip Junior sowie drei Halbgeschwister aus Bings zweiter Ehe. Wie seine Geschwister versuchte Philip Crosby, sich im Showgeschäft einen Namen zu machen, folgte dabei dem Weg seines Vaters, erreichte jedoch ein anderes Maß an Ruhm. Er trat in einigen Filmen auf, darunter Holiday Inn von 1942, wo er eine jüngere Version der Figur seines Vaters spielte. Manchmal trat er auch in Fernsehsendungen auf und trat zusammen mit seinem Vater auf. Philip beschränkte sich jedoch nicht nur auf die Unterhaltung. Er arbeitete auch als Börsenmakler und trat eine Zeit lang dem US Marine Corps bei. 1983 erzählte er dem People-Magazin, dass er seit einem Jahr nicht mehr aufgetreten war. Seine letzte Show fand bei einer Elks-Club-Party in Burbank statt. Bis dahin war er viermal verheiratet, wobei seine ersten drei Frauen Showgirls aus Las Vegas waren. 1980 geriet er wegen mehrfachen Trunkenheitsfahrens in Schwierigkeiten. Auch wenn er 18 Monate in der anonymen Alkoholika verbrachte, sagte er dem Magazin, dass er nicht mehr trinke. Chuck Morrill, der Star-Running-Back des Teams, erinnerte sich daran, dass Philip im College ein Auto benötigte, woraufhin sein Vater einen Fahrer schickte, um ihm einen neuen Chevrolet zu überbringen. Trotz unterschiedlicher Erfahrungen blieb Philip aufgrund seiner Familie mit der Unterhaltungswelt verbunden. Leider kämpfte Philip wie einige andere Familienmitglieder mit Alkoholabhängigkeit und persönlichen Problemen während seines Lebens. Diese Herausforderungen beeinflussten sowohl sein persönliches als auch sein berufliches Leben. Philip Crosby verstarb am 13. Januar 2004 im Alter von 69 Jahren. Sein Tod war ein tragischer Verlust für seine Familie und Fans und markierte das Ende eines weiteren Crosby-Familienmitglieds, das im Scheinwerferlicht des berühmten Vaters aufwuchs. Bing Crosbys Einfluss auf die Musik war immens, was ihn zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts machte. Er erzielte bemerkenswerte Erfolge in den Charts mit insgesamt 396 Singles, darunter etwa 51 Nummer 1 Hits. Besonders erstaunlich ist, dass er von 1931 bis 1954 jedes Jahr Hits veröffentlichte und dies sogar bis 1957 mit der jährlichen Veröffentlichung von White Christmas fortsetzte. Allein 1939 hatte er 24 populäre Singles. Ein angesehener Billboard-Statistiker nannte ihn den besten Aufnahmekünstler Amerikas der 1930er und 1940er Jahre. Neben der Musik erstreckte sich Crosbys Erfolg auch auf Filme. Über 15 Jahre, von 1934 bis 1954, gehörte er zu den 10 erfolgreichsten Schauspielern weltweit und führte fünf Jahre in Folge von 1944 bis 1948. Seine Beiträge zum Film wurden durch vier mit dem Academy Award ausgezeichnete Songs und einen Oscar als bester Schauspieler für seine Rolle in Going My Way 1944 hervorgehoben. Crosbys Popularität beschränkte sich nicht nur auf die Musik- und Filmindustrie, er war auch beim Publikum sehr beliebt. Eine Umfrage aus dem Jahr 2000 platzierte ihn als den drittbeliebtesten Schauspieler aller Zeiten, basierend auf den Ticketverkäufen. Sein ikonischer Film White Christmas brachte 1954 satte 30 Millionen Dollar ein. In der Welt der Platten und des Radios war Crosbys Einfluss unübertroffen. Er erhielt beeindruckende 23 Gold- und Platin-Schallplatten und platzierte 23 Billboard-Hits mit den Andrews Sisters, seinen häufigen Kollaboratoren. Ihre Partnerschaft brachte zahlreiche Millionen verkaufte Singles hervor, die die Moral während des Zweiten Weltkriegs stärkten. Zur Anerkennung seiner Beiträge erhielt Crosby 1962 den Grammy Lifetime Achievement Award und wurde in mehrere Ruhmeshallen aufgenommen, darunter die für Radio und populäre Musik. Sein anhaltender Einfluss wird in verschiedenen Institutionen gefeiert, darunter die Hit Parade Hall of Fame und die Western Music Hall of Fame. In einem Interview von 1975 erzählte der Moderator Mike Douglas eine berührende Anekdote über die universelle Anziehungskraft von Bing Crosbys Musik. In Indien inspirierte Crosbys Popularität viele hinduistische Sänger, wobei Kishore Kumar den Spitznamen Bing Crosby von Indien erhielt, da er Crosbys Stil nachahmte. Ebenso erkannte Dorothy Masuka die meistverkaufte afrikanische Künstlerin Crosbys unübertroffene Popularität in Afrika an und erklärte, dass er mehr Platten verkauft habe als sie auf dem Kontinent. Masuka und andere afrikanische Sänger wie Dolly Rathieb und Miriam Makeba wurden lokal als der Bing Crosby Afrikas bekannt. In Europa und Russland wurde Crosby liebevoll der Bingel genannt, ein Spitzname, den der amerikanische Journalist Bob Moussel 1945 prägte. Bing Crosbys bleibendes Erbe geht weit über seine Musik, Film und Unterhaltungserfolge hinaus. In vielfältiger Weise geehrt, bleibt sein Einfluss weltweit bei den Zuschauern präsent. Er wurde in die Ruhmeshalle der National Association of Broadcasters im Bereich Radio aufgenommen und seine Beiträge zu diesem Medium werden zusammen mit seinen anderen Errungenschaften gefeiert. Zudem richtete seine Familie am 30. Jahrestag seines Todes eine offizielle Website ein, die als digitales Denkmal für sein Leben und Werk dient. Der renommierte Entertainer Bob Hope erinnerte sich in seiner Autobiografie liebevoll an Crosbys ikonische Stimme und hob ihren tiefen Einfluss und den bleibenden Eindruck hervor, den sie bei den Zuhörern hinterließ. Ebenso würdigte der Kalypse-Musiker Roaring Lion Crosbys unvergleichliches vokales Talent in einem Tributlied, das 1939 geschrieben wurde. Die greifbaren Gedenkstätten an Crosbys Philanthropie und Einfluss umfassen das Bing Crosby Stadium in Front Royal, Virginia, ein Zeugnis für seine Großzügigkeit und seine Fundraising-Bemühungen. Ebenso spiegelt die Umbenennung des The Met in Spokane, Washington, in the Bing Crosby Theatre seinen bleibenden Einfluss auf die darstellenden Künste wider. Schließlich ist Crosbys anhaltende Präsenz auf dem Hollywood Walk of Fame verewigt, wo er mit drei Sternen geehrt wird, die seine Beiträge zu Radio, Aufnahmen und Filmen repräsentieren. Diese Ehren bezeugen Crosbys bleibenden Einfluss und seinen Status als Kulturikone.